Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das ist super blöd! Wir sprechen hier nicht von Kindern, ja? Das sind Erwachsene, Erwachsene, die jede Menge Bedürfnisse haben. Und dazu gehört auch Spaß. Und wenn man ihnen nicht ständig mit Regeln und Routine käme, könnten sie sich in einer Art weiterentwickeln, die man sich nicht vorstellen kann. Alle haben eine Begabung. Du sagst es. Auf dich kann man sich verlassen. Danke, Kumpel. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020